Herzlich Willkommen zu den Vorlesungen zur Linguistik und Sprachgeschichte des Deutschen. Mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Linguist an der Technischen Universität in Dresden. In der Beschreibung habe ich alle Informationen und Materialien zur Vorlesung für Sie verlinkt. Besonders freue ich mich, wenn Sie vom Feedbackformular Gebrauch machen. Haben Sie dafür im Voraus recht herzlichen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herzlich Willkommen zur Vorlesung Digitalität Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft und in dem ersten Teil der Vorlesung hatte ich gesagt, dass wir uns mit den Herausforderungen für die Gesellschaft beschäftigen möchten und heute steige ich ein mit einem der drei zentralen Grundbegriffe bei Felix Stolter, nämlich dem Begriff der Referenzialität, das heißt dem wechselseitigen Verweis auf kulturelle Artefakte, die nicht mehr in Montagetechniken ineinander gegossen werden, sondern in Kulturen der Digitalität, eben in referenziellen Verfahren, in neuen Formen, die sich besonders in digitalen kulturellen Artefakten realisieren lassen. Und ich möchte ganz gern darauf hinauslaufen, dass das Thema natürlich noch eine ganz andere Dimension aufweist, nämlich die, dass wir kulturelle Artefakte nicht mehr nur als schöpferische Leistungen von Menschen betrachten, sondern auch, dass wir kulturelle Artefakte durch Algorithmen herstellen können. Sie blicken hier in das Gesicht oder in die Augen eines Mannes, den Rembrandt nie gemalt hat und das Bild, das Porträt lautet selbst referenziell auf den ursprünglichen Künstler The Next Rembrandt. Das ist ein Projekt, das 2016 abgeschlossen worden ist in einer Kooperation zwischen Microsoft und den Universitäten und dem Rembrandt-Haus in Amsterdam. Dafür hat man 346 Rembrandt-Porträts eingescannt, ausgewertet und daraus via eines Algorithmus einen nächsten Rembrandt erzeugt. Das Ganze in Kooperation mit der Großbank ING und dieses Aussehen, dieses Ereignis, also das heißt die Schöpfung eines neuen Rembrandts und Sie sehen schon selbst, ich benutze hier verschiedene Metaphern, die dem vielleicht nicht gerecht werden, würde ich mir ganz gern zum Ende der Vorlesung hin mit Ihnen gemeinsam anschauen, denn es ist nicht das einzige Ereignis, das zeigt, wie man Referentialität und eine Kultur der Digitalität noch ganz anders miteinander relationieren kann. Kommen wir aber zunächst erstmal zu dem Begriff der Referentialität. Stalter fasst das Ganze so, dass er meint, Referentialität ist eine Eigenschaft vieler Verfahren, die verschiedene Genres der Professionellen wie auch der Alltagskultur und deren Arbeitsweisen umfassen. Dabei wird bereits mit Bedeutung versehenes Material im Unterschied zu sogenannten Rohmaterial verwendet, um neue Bedeutung zu schaffen. Diesen Verfahren sind zwei wichtige Aspekte gemeinsam, nämlich die Erkennbarkeit der Quellen, also referenzielle Verweise, der Next Rembrandt und der freie Umgang mit diesen. Das Ganze ist natürlich auch in einer anderen Form abbildbar. Sie sehen hier eine berühmt und berüchtigt gewordene Darstellung von Kirby Ferguson. Everything is a Remix. Das ist ein Begriff, den Stalter auch selbst verwendet, also neben Remix, Remake und so weiter und so fort. Für diese Formen der kulturellen Aneignung und der Aufladung von existierenden kulturellen Artefakten die Bedeutung mitbringen, durch neue, mit neuer Bedeutung, indem man sie rekombiniert und in Neues fügt. Hier mit den drei zentralen Operationen Copy, Transform und Combine als den basalen Elementen von Kreativität, die man gemeinhin nur Menschen zuweist. Also das heißt, der Kombinationsgabe, die schlussendlich der menschlichen Kreativität folgt. Klammer auf. Wenn Sie aus der Perspektive der kognitiven Linguistik schauen, ist es mit der menschlichen Kreativität nicht allzu weit her. Klammer zu. Aber das ist ein vollkommen anderes Thema und da würde ich Sie gern verweisen auf eine, auf die Aufzeichnung der Vorlesung zur kognitiven Linguistik, die Sie ebenfalls hier im Kanal finden. Ja, was sind jetzt diese referentiellen Verfahren und wie genau hat es, oder was genau hat es mit der Kultur der Digitalität zu tun? Wie der Stalter, hinsichtlich der Verfügbarkeit unterscheiden sich Montage, also das heißt das Zusammenrücken von kulturellen Artefakten und referentielle Verfahren, denn ineinander anstatt bloß nebeneinander lassen sich kulturelle Objekte vor allem dann fügen, wenn sie digital kodiert sind. Das heißt, die digitale Kodierung von kulturellen Artefakten oder Objekten, wie Stalter sie hier nennt, ist nicht zwingend die Voraussetzung dafür, um referentielle Verfahren anzuwenden, also das Ineinandergießen von kulturellen Artefakten mit je existierender Bedeutung, sondern bringt mehr oder weniger die referentiellen Verfahren zu ihrem wesentlichen Punkt, nämlich dass man durch die digitale Kodierung ganz andere Möglichkeiten der Ineinanderblendung und des Ineinandergießens überhaupt zur Verfügung hat. Nichtsdestotrotz sind natürlich diese Verfahren, von denen wir hier gerade sprechen, in unseren Gesellschaften immer sehr streng und sehr eng mit der Frage von Urheberschaft, Autorschaft und dementsprechend auch Urheberrecht verbunden. Und hier kommt Stalter 2016 bereit, Sie sehen ja hier die vierte Auflage von 2019, zu einem interessanten Punkt, nämlich indem er sagt, kulturelle Werte aller Art werden in einem umfassenden praktischen Sinn frei verfügbar, trotz bestehender rechtlicher und technischer Einschränkungen. Soll heißen, in einer Kultur der Digitalität lassen sich referentielle Verfahren durch rechtliche und technische Beschränkungen nicht ausbremsen, sondern sie werden zum Signum einer Kultur der Digitalität. Was bedeutet das ganz konkret für unsere Gesellschaft, dass wir uns von Eigentumsansprüchen auf kulturelle Artefakte nach und nach verabschieden werden? Und Sie sehen das überall in Ihrem Umfeld, wenn es um Aneignungsprozesse geht. Und es hat natürlich auch, um schon auf den zweiten Teil der Vorlesung kurz zu blenden, massiven Einfluss und massive Auswirkungen auf die Frage von wissenschaftlicher Originalität und Echtheit, also Authentizität und Autorschaft. Die Kehrseite des Ganzen sind Plagiate. Also Sie wissen, dass Sie, wenn Sie plagiieren, gegen den guten Stil und redlichen Stil in der Wissenschaft verstoßen. Und es mag durchaus sein, dass in einer Kultur der Digitalität es auch hier zu einer Verschiebung, zu einer tektonischen Verschiebung kommt, dieses Anspruchs auf wissenschaftliche Redlichkeit, sodass man eher wieder zu einer Form zurückkommt, die wir schon einmal, oder die zum Beispiel in der Scholastik einmal üblich war. Nämlich, dass man mit einer Plosenreferenz auf ein Autorenwerk dieses anzitiert und auf dieses verweist, aber nicht mehr in dem Sinne, dass man fremde und eigene Gedanken voneinander scharf segmentiert, sondern dass man eher in einer globalen Art und Weise referenzialisiert. Ob es so kommen wird, das sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist auf alle Fälle eine Herausforderung, der wir uns als Wissenschaft zu stellen haben. Und sie hat natürlich auch gesellschaftliche Praxen. So, wo finden Sie solche referenziellen Verfahren? Ich werde Ihnen jetzt ein paar Beispiele zeigen. Anfangen möchte ich mit einem zum Mean gewordenen Übersetzungsfehler aus dem Spiel Zero Wing. Das erschien 1989 erstmals und wurde 1992 für Sega Megatrive bzw. Genesis, je nachdem auf welchem Markt sie sind umgesetzt und fehlerhaft aus dem Japanischen ins Englische übersetzt. Das meme-gewordene Zitat, all your base are belong to us, feierte dann ungefähr zehn Jahre später im Internet ein Comeback und damit wurde das Spiel eigentlich erst berühmt. Das hat nicht so die entscheidenden Einflüsse auf die Gaming-Kultur gehabt, aber diese Übersetzungsfehler aus dem Intro des Spiels ist Mean geworden, also konventionalisiert worden. Und ich gebe Ihnen noch einen Twitter-Link mit dem Suchbefehl direkt nach diesem Zitat, all your base are belong to us. Da können Sie sich selber davon überzeugen, wie produktiv das Ganze heute noch ist. Ja, hier aufgeblendet dann der Artikel, also die Top Definition für diese Phrase, all your base are belong to us im Urban Dictionary. Sie sehen hier, habe ich für Sie herausgehoben, nicht nur Gebrauchskontexte, in denen das Ganze eingesetzt wird, sondern auch wie das Ganze in eine Phrase und Schablone, würde man sagen, überführt wird, nämlich all your x are belong to us. Und hier geht es darum, um eine besondere Machtposition auszuweisen, natürlich mit ironischer Markierung, um zu zeigen, dass man in einer Position ist, in der man tatsächlich Anspruch erheben und Anspruch stellen darf, eben auf x. Und so ist dieses Meme auch zu einer Phrase und Schablone im Sprachlichen geworden, die Sie heute ebenfalls noch an verschiedenen Stellen beobachten können. Das Meme selbst ein Füllhorn von Beispielen ausgeben, die die Kultur oder die das Merkmal der Referentialität, das Stalter für die Kultur der Digitalität ausweist, darstellen, muss ich Ihnen, die mit Memes aufgewachsen sind, auf den großen Plattformen wie 9gag und so weiter nicht zeigen. Ich möchte Ihnen nur eine Quelle noch empfehlen, das ist der sogenannte Meme-Kalender auf Reddit, also wo die einflussreichsten Memes durch die Zeit chronologisch sortiert, bewertet und gewählt werden. Sie sehen hier das Meme der Dekade dürften Sie aus den verschiedenen Memes, wenn Sie sich in der Kultur bewegen, kennen. Ja, kommen wir zu einem weiteren Gesichtspunkt, nämlich abgesehen davon, dass man virtuelle Verfahren oder digitale Verfahren einsetzt, um kulturelle Artefakte miteinander zu verbinden. Memes sind dafür natürlich ein prototypisches Beispiel, also Sie brauchen die Bilder, Sie brauchen die Durchsetzungsmöglichkeit, Sie brauchen vor allen Dingen Verfahren und Techniken und Software, um Bild und Sprache zu komponieren. Und bei Memes haben Sie mehr oder weniger große Portale, die in wichtige Memes oder die in zumindest populären Memes anzeigen. Und worauf das Ganze hinausläuft, ist das sogenannte Wissensorganisationswissen, wenn es darum geht, dass neue Institutionen und neue soziale Institutionen vor allen Dingen auch für eine neue Relevanz stehen. Zitat Stalter, die alten Ordnungen, in denen kulturelles Material bisher gefiltert, organisiert und zugänglich gemacht wurde, können diesen Strom weder im Kleinen noch im Großen kanalisieren. Sie fungieren kaum mehr als Gatekeeper zwischen den Bereichen, die einst mit ihrer Hilfe als privat und öffentlich definiert wurden. Gemeint sind hier Museen, Bibliotheken, Universitäten und diese alten Ordnungen oder zum Beispiel auch die Politik, ja, das kann man hier durchaus denken. Und hier ist oder Massenmedien auch eine ganz große Institution, also die Massenmedien als ein Verbund von relevanten Stimmen in der Öffentlichkeit, die wichtig ist von unwichtigem scheiden, die selektieren, die Wissen anordnen und ihnen entsprechend präsentieren. Und diese alten Ordnungen verlieren an Einfluss in Bezug auf den Anspruch, Privates und Öffentliches zu trennen und relevantes Wissen zu markieren. Vielmehr ist es so, dass kulturelle Werke aller Art in einem umfassend praktischen Sinn frei verfügbar werden, trotz bestehender rechtlicher und technischer Einschränkungen. Das heißt, dass hier nochmal wieder aufgenommen, dieses Zitat von Stalder, es auch neue Formen von Selektion und Arrangement gibt, die für diese kulturellen Artefakten, für das kulturelle Material gelten. Das Ganze würde ich Ihnen ganz gerne an einem bestimmten Platz illustrieren. Das, was Sie hier vor sich sehen, ist der Lesesaal der SLUB in Dresden. Die wenigsten von Ihnen werden ihn in den letzten Wochen gesehen haben. Das Foto stammt von Florian Bieler unter CC BY Lizenz. Ein anderes sehr schönes Foto stand unter CC BY SA Lizenz. Das kann ich Ihnen leider nicht zeigen, da ich das unter gleichen Bedingungen nicht teilen darf. Stichwort Referentialität. Die Bibliothek ist im akademischen Kontext der Ort, an dem Wissen und Wissensorganisationswissen eine zentrale Rolle spielen. Denn es geht nicht nur darum, Bücher zu stapeln, zu sortieren und zu archivieren, sondern es geht auch um mit einer Systematik dieses Wissen aufzuschließen. In dieser Funktion hat Bibliothek über lange Jahrhunderte eine zentrale Bedeutung gespielt als gesellschaftlicher Akteur. Und wenn man Stahl da ernst nimmt, also das heißt, wenn man über die Kultur der Digitalität nachdenkt und über die Frage, dass kulturelle Artefakte überall verfügbar werden, dann muss man sich fragen, was eine Bibliothek in dieser Zeit für eine Aufgabe, für eine Funktion und für eine Bedeutung hat. Also können wir, streng genommen gefragt, können wir an einer Bibliothek des 19. und 20. frühen 20. Jahrhunderts festhalten, als einer Institution alter Ordnung, die uns als Gatekeeper Wichtiges von Unwichtigem scheidet, Richtiges von Falschem, Privates von Öffentlichem. Interessant ist, dass die SLUB diese Frage für sich selbst beantwortet, indem sie nämlich Plätze schafft, in denen man gemeinsam Wissen hervorbringen kann, indem man kollaborativ kulturelle Artefakte verarbeitet und bearbeitet. Im Moment verfügt die SLUB über zwei dieser Plätze, nämlich den SLUB Makerspace und das SLUB Text Lab, die ja exemplarisch genannt werden. Mit Sicherheit kommt zu diesen Labs noch einiges hinzu. Aber Sie sehen, hier spielt die Bibliothek insofern strategisch eine, ist die Einrichtung solcher Labs insofern strategisch für eine Bibliothek heutzutage wichtig, da sie so von einem Gatekeeper Alterordnung zu einem Mitspieler in der Kultur der Digitalität wird. Wenn sie diesen Schritt nicht geht, also wenn eine Bibliothek nicht von einem Gatekeeper Alterordnung zu einem Mitspieler in der Kultur der Digitalität wird, dann verliert sie auch das Mitspracherecht an den Prozessen, also an den referenziellen Verfahren, die sich überall in einer Kultur der Digitalität abbilden. Also das heißt, wenn eine Bibliothek über Urheberrechte, Autorschriften, die Produktion, die Relevanz von Wissen sprechen möchte, muss sie selbst Mitspieler in einer Kultur der Digitalität werden und die SLUB ist auf dem besten Weg dahin. Ja, jetzt komme ich zum Eingangsbeispiel The Next Rembrandt, das heißt einem noch weiteren Schritt. Also wenn wir darüber nachdenken, gesellschaftlich nicht nur, dass wir uns aller digitaler Verfahren bedienen und referenzieller Verfahren bedienen, um kulturelle Artefakte miteinander zu verschränken, zum Beispiel in Memes oder in dem zum Beispiel Gatekeeper der alten Ordnung transformiert werden zu Mitspielern in einer Kultur der Digitalität, geht das Ganze nochmal einen Schritt weiter, wenn Algorithmen eingesetzt werden, um kulturelle Artefakte zu produzieren, die auf eine sehr spezielle Art und Weise eine Referenz zu einem kulturellen Artefakt herstellen. Wie Eingang schon erläutert, ist das, was Sie hier vor sich sehen, ein durch einen Algorithmus erzeugter, ein durch einen Algorithmus erzeugtes kulturelles Artefakt, über das wir als Linguisten nicht urteilen können, sondern unser Gegenstand wird sein, wie Menschen über dieses Artefakt sprechen. Also wie sprechen gesellschaftliche Akteure über ein durch einen Algorithmus geschaffenes Produkt. Ganz kurz zur Information, wie das ganze Verfahren funktionierte. Sie sehen, es geht erstmal darum, dass man aus 346 Porträts Rembrandts die Daten erfasst, das heißt zentrale Gesichtszüge, Ähnlichkeiten von Gesichtszügen, Ähnlichkeiten von Perspektivierungen, Ähnlichkeiten in der Augen, Nasen, Munddarstellung und so weiter und so fort, Belichtungsähnlichkeiten. Dann hat man ein Subjekt, ein Datum entworfen, das diesen Ähnlichkeiten entsprach, hat sich mit den zusätzlichen Features beschäftigt, die dieses Produkt haben soll. Und hat es ausgedruckt. Ein 3D-Drucker in 13 Schichten. Das heißt, das Bild ist nicht mal mehr gemalt, sondern man hat durch eine digitale Technik und ein Printverfahren das Malen nachgeahmt, also den Pinselstrich von Rembrandt nachgeahmt. Wobei jeder einzelne dieser digital erzeugten und analog ausgedruckten Pinselstriche keinem von Rembrandt gleicht. Also sie sind nicht identisch, sondern sie sind erzeugt aus den Daten und dem Datenvergleich, den Microsoft und die Mitarbeitenden in diesem Projekt gemeinsam generiert haben. Jetzt ist es natürlich so, dass wir als Linguisten und Linguistinnen nicht über diesen Schaffnisprozess reden im Moment, sondern über die Frage, welcher Akteur wie auf ein solches Produkt reagiert, dass in sich gesehen der Prototyp der referenziellen Verfahren ist, die Stalter mit der Kultur der Digitalität adressiert. In dem es nicht nur nach einem Referenzobjekt selbst benannt ist, sondern in dem es dem Referenzobjekt zugewiesene kulturelle Artefakte so neu arrangiert und so ineinander gießt, dass etwas völlig Neues dabei entsteht, was vorher natürlich mit entsprechender Bedeutung aufgeladen ist. Ich würde mir jetzt mit Ihnen im Einzelnen noch nicht korpuslinguistische Verfahren anschauen, die mit Sicherheit spannend sind. Ich werde an der einen oder anderen Stelle darauf hinweisen. Ich würde mir einzelne sprachliche Aspekte genauer anschauen und ich würde mir auch vor allen Dingen Interaktionsrollen und Diskurspositionen anschauen, die wir in einer Diskurslinguistik beschreiben können. Also wer verhält sich wie und auf welche Art und Weise sprachlich zu diesem kulturellen Artefakt, das durch referenzielle Verfahren entstanden ist. Ja, beginnen wir mit einem Artikel, der erschienen ist in der Süddeutschen. Ein echter Rembrandt aus dem Rechner. Die Bildunterschrift Ungläublich schaut der Mann mit Hut, als könne er nicht fassen, aus einem Computer zu stammen. Der Rembrandt nachahmte. Dann einleitend kann man einem Computer beibringen, wie Rembrandt zu malen, gar zu fühlen. Ein Team in Amsterdam hat genau das getan. Und hier geht es mir vor allen Dingen um die Frage der Anthropomorphisierung, also der Vermenschlichung von Technik. Sie sehen adressiert in diesem ganz kurzen Auszug werden Computer, Rechner, Algorithmen und ganz oben im Header die künstliche Intelligenz, also KI. Moment, jetzt muss ich kurz wüssten. KI, die mit menschlichen Eigenschaften aufgeladen wird. Woran kann man das erkennen? Indem man diesen Computer, Rechner, Algorithmen oder der künstlichen Intelligenz, die bis auf Computer und Rechner, also die werden synonym gebraucht, aber bei Algorithmen und künstlicher Intelligenz durchaus unterschiedliche Dinge meint, werden mit sprachlichen Zuweisungen, wie man könne einem Computer etwas beibringen oder ein Computer könne wie Rembrandt malen oder fühlen und zumindest kann er Rembrandt nachahmen, werden sie anthropomorphisiert, vermenschlicht und entsprechend dieser Vermenschlichung und dieser Zuweisung mit Eigenschaften aufgeladen, die man üblicherweise sonst anderen Entitäten, die man sprachlich damit bezeichnet, zuweist. Also man kann zum Beispiel Kindern etwas Lesen beibringen oder man kann fühlen wie ein anderer Mensch, also indem man sich hineinversetzt. Und diese sprachlichen Zuweisungen, also diese Metaphorisierungen von Computer und Rechner, Algorithmen und künstlicher Intelligenz, die prägen unser Bild davon, was wir von künstlicher Intelligenz halten oder was wir von Algorithmen halten, ganz wesentlich mit, ohne dass wir es uns tagtäglich bewusst machen. Andererseits sind in diesem kurzen Artikel auch Grenzen der Anthropomorphisierung sichtbar, nämlich in der Konstruktion, und das ist wahrscheinlich die interessanteste, Stammen aus einem Computer und man armt etwas nach. Also man kann es nicht kreativ selber machen, sondern man baut das nur epigonenhaft nach. Das Interessante ist aber, Stammen aus dem Computer. Warum? Weil das eine Ortsangabe ist. Also das heißt, damit wird eine Quelle angegeben. Also dieses kulturelle Artefakt stammt aus Quelle XY. Hier wird nicht gesagt, Stammen von einem Computer. Und damit hätte man faktisch eine sprachliche Zuweisung, die den Computer oder den Rechner oder den Algorithmus oder die künstliche Intelligenz in die Nähe der Urheberschaft rückt. Das wird hier sprachlich zumindest nicht getan. Vollkommen egal, ob das bewusst oder unbewusst passiert. Jedenfalls wird mit dieser Konstruktion Stammen aus einem Computer eine Quelle angegeben und nicht die Urheberschaft als Autorschaft. Interessant wäre also eine, können Sie mal nachvollziehen, das wäre jetzt ein korpuslinguistischer Ansatz, wann diese Konstruktionen Stammen aus einem X und Stammen von einem X in Bezug auf die KI umschlägt. Also ob wir da einen Umschlag haben, der sich in einem größeren Korpus nachweisen lässt. Das wäre dann ein Indiz dafür, dass sich auch an der sprachlichen Konzeptualisierung und der Vorstellung davon, was KI sei, etwas ändert. Nächster Artikel. Digitale Kunst. Computer erschafft neues Rembrandt-Gemälde. Bislang traute kaum jemand Computern ein Verständnis für Kunst zu. Ein Projekt von Microsoft und ING soll nun den Gegenbeweis antreten. In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität wurde das Projekt Next Rembrandt ins Leben gerufen. Mit Algorithmen und einem 3D-Drucker sollte damit ein neues Rembrandt-Gemälde erstellt werden, das denen des holländischen Künstlers zum Verwechseln ähnlich sieht. Auch hier haben wir wieder eine Anthropomorphisierung von Computern und Algorithmen mit sprachlichen Zuweisungen, wie der Computer erschafft, also er ist Schöpfer eines kulturellen Artefakts. Und bisher sei es ja so gewesen, dass man Computern kein Verständnis für irgendetwas zutrauen könne. Das wird hier zumindest in einer Faktizitätskonstruktion realisiert. Nichtsdestotrotz, also man kann auch sonst heute Computern kein Verständnis für irgendwas zutrauen, sondern man traut in der Regel Menschen Verständnis für etwas zu. Die Grenzen der Anthropomorphisierung werden aber auch sehr schnell sichtbar. Das heißt, dass man mit Algorithmen und einem 3D-Drucker dieses Porträt erstellt hat. Und man hat gleichzeitig kritische Distanzierungen, gleich im Herder berechnete Kunst, was sich ausschließt von der Wortbedeutung her. Und das den Bildern von Rembrandt zum Verwechseln ähnlich sieht. Auch hier haben wir wieder das epigonenhafte Nachgeahme, das nicht davon ausgeht, dass hier Kreativität im Sinne Kirby's, also Copy, Transform und Combine als menschliche Leistung gesehen wird. Und da haben wir hier auch wiederum die sprachliche Zurücksetzung. Also man kann etwas nachahmen oder sieht ihm zu verwechseln ähnlich, aber es ist schlussendlich nicht dasselbe. Ja, dann haben wir natürlich auch die Stimmen, die genau auf diese Frage der Urheberschaft abzielen. Also das passiert, wenn künstliche Intelligenz Kunst macht, also nicht etwas schafft, sondern Kunst macht, im Sinne von etwas tut, handwerklich. Oder anders gefragt ist es Kunst, wenn sich künstliche Intelligenz künstlerisch betätigt. Es gibt noch viele offene Fragen, während sich die künstliche Intelligenz in der Kunst breit macht. Hier geht es noch um einen Androiden, der selbst malt, nach dem, was er durch Chips realisiert und wahrnimmt. Ich will mal auf den zweiten Absatz schauen. Aber ist das Kunst, was der Algorithmus da mit Hilfe einer feinen Mechanik erzeugt und wo beginnt Kreativität? Also wieder Körbys Frage, also ist Copy-Transform schon kreativ oder ist das Combine die Kreativität? Wenn man Kirby ernst nimmt und wenn man Stalte ernst nimmt, ist das, was uns hier vorliegt, in einer Kultur der Digitalität, der Prototyp von Kreativität. Kreativität. Das würde sich im Übrigen auch mit den Prämissen der kognitiven Linguistik decken. Solche Fragen stellen sich zunehmend auch in Ausstellungen oder RTGs. Mit dem Siegeszug künstlicher Intelligenz ergeben sich für Agierende wie Betrachter neue Perspektiven und der Kunstmarkt lernt mit großen Tam-Tam kräftig mit. Auch hier der Bildunterricht ein Rembrandt, der keiner ist. Dieses Bild ist sogar noch ein Tippfehler. Das hätte wahrscheinlich eine KI besser gekonnt. Dieses Bild wurde von einer KI gemacht. Auch hier wieder dieses Gemachtsein ohne die Zuweisung von Kreativität im kürbischen Sinne. Dann eine sehr, sehr kritische Stimme, die ich Ihnen zeigen möchte. Also die malenden Maschinen, künstlich, intelligent und Kunst. Können Maschinen Kunst? Nicht wirklich, aber sie können so tun, als ob. Und das so perfekt, dass wir irgendwann glauben, dass sie Kunst können. Also hier ist so ein Transformationsprozess angedeutet, dem nämlich der Digitalisierung hin zu einer Kultur der Digitalität, in denen die Verfahren für Referenzialität oder referenzielle Verfahren immer üblicher werden, sodass die Urheberschaft und das hat Stalter ganz am Anfang auch ausgezeichnet, eigentlich verwischt wird und nur noch der Bezug auf ein anderes kulturelles Artefakt, also die Referenz, das Entscheidende ist. Und auch menschliche Kreativität ist oft nur imitiert, sagt Holger Verlandt. Das ist das, was ich vorhin gerade sagte. Einem Experten für künstliche Intelligenz. Also wir haben hier jemanden jetzt nicht, der Kunst schafft, nicht der beobachtet, sondern einen Akteur, der sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Ich würde hier direkt in das Interview einsteigen. Fragen wir Holger Verlandt, den Gründer des digitalen Kulturfestivals The Arts. Was die kreative Macht der Maschinen, also hier haben wir die Zuweisung von Kreativität, ist nicht genau eigentlich, ist nicht eigentlich genau das Kreative, das sie in ihrem Buchtel führen, das, was den Maschinen fehlt, weswegen sie nie so geniale Künstler werden können wie die Menschen. Das würde ich gerne mal setzen lassen, denn hier geht es genau um diese Auffassung von Kunst, die durch Menschen geschaffen worden ist, der Genialität in den Vordergrund gestellt wird. Also das heißt, der geniale Schöpfergeist, der nur aus diesem Schöpfergeist heraus Kunst zu schaffen in der Lage ist, also er schöpft die Kunst aus seinem kreativen Geist, der so genial ist, dass er vor der Masse anderer hervorsticht. Und das wiederum, so unterstellt die Frage, könnten ja bitte wohl nur Menschen, wir wissen aus der kognitiven Linguistik, dass das mit dem kreativen Geist, mit dem freien Geist, aus dem man schöpfen kann, tatsächlich eine Sache ist, auch die Überlegungen in der Quantenbiologie, also das heißt, der Frage, wie Menschen denken, und zwar in den neueren Überlegungen, indem man nicht mehr mit Rechenmaschinen und Kategorisierungen die Tätigkeit des menschlichen Gehirns vergleicht, sondern durchaus mit Quantencomputern, in denen die Frage tatsächlich, wo das Kreative des Menschen liegt, sich vollkommen anders stellt und auf eine vollkommen andere Frage stellt. Und hier wird es kurzgeschlossen mit der kreativen Macht der Maschinen. Was an diesem Beispiel zum einen deutlich wird, ist, dass die Herausforderungen von Digitalität für die Gesellschaft sind, dass wir uns auch Fragen stellen müssen und werden, wo wir selbst als Menschen stehen. Also das heißt, Digitalität oder die Kultur der Digitalität berührt nicht nur Fragen von Autoschaft oder von Urheberschaft, sondern sie berührt Fragen dessen, wo stehen wir als Menschen und wo möchten wir stehen. Volland antwortet darauf, das ist natürlich eine wunderbare Frage, denn an der Kreativität macht sich momentan die größte Angst fest, die wir auch vor Maschinen haben, die in diesem Bereich wildern, also das heißt Maschinen als Akteure, denn bislang war Kreativität immer das, was wir nur den Menschen vorbehalten haben, was uns fast gottgleich quasi zu Schöpfern unserer Welt gemacht hat. Jetzt tauchen Maschinen auf, die musizieren, die Filme schneiden, die Bücher schreiben und es liegt natürlich nahe zu glauben, dass diese Maschinen damit auch kreativ sind. Und diesen Kurzschluss, wollen wir es mal so zu sagen, räumt der Experte für Künstliche Intelligenz im nächsten Satz aus, denn er sagt, es handelt sich hier nicht um Intelligenz, sondern es sind im Wesentlichen Algorithmen, die auf der Basis mehr oder weniger guten Quellenmaterials referenzielle, in referenziellen Verfahren etwas herstellen können, das aber mit dem Ausweis der Referenz immer gleichzeitig zeigt, ich bin etwas Neues, das aus etwas Alten entstanden ist. Also was durch Copy und Transform, also Copy und Transform so kombiniert wurde, dass es etwas Neues darstellt. Allerdings ist der Kreativitätsbegriff, der hier verwendet wird, ein anderer als bei Kirby Ferguson. Und das wird uns in einem linguistischen Verfahren in der nächsten Zeit beschäftigen, das heißt, das wäre etwas jetzt eine Aufgabe für die Wissenschaft. Wann sprechen wir von Kreativität? Also Sie sehen, wir sind von der Ursprungsfrage, also Kultur der Digitalität, Referenzialität, jetzt durch eine Auseinandersetzung mit dem Gegenstand und der Frage, wie sprechen Menschen über etwas, zu der Frage hingekommen, dass wir möglicherweise eine Konstruktion suchen, wie ist, ich blätter noch mal kurz zurück, stammt aus X versus Stammt von X und der Frage, wann benutzen wir den Begriff Kreativ und wie setzen wir ihn ein. Es ist zu erwarten, dass, wenn man das ganze Maschinenlesbar an großen Corporasi anschaut, dass es hier Verschiebungen gibt, die zusammengehen mit dem Auftauchen von künstlicher Intelligenz, also von Maschinen, die in unseren schöpferischen Bereichen wildern, sich verschiebt, dramatisch. Das wäre auch eine Frage, die wir dann mit den digitalen Methoden in dem zweiten Teil der Vorlesung entwickeln. Ja, und jetzt noch eines, das im Wesentlichen die Frage noch mal nach der, nach dem Zusammenhang von dieser Urheberschaft und Kreativität noch mal anders stellt. Und hier werden Grenzen der Anthropomisierung und sofort sichtbar inklusive sprachlicher Zurückweisung ist X noch Kunst? Mit dem Zusatz, das kennen Sie auch, weil es inzwischen konventionalisiert ist, ist das Kunst oder kann das weg? Und hier noch einmal das Schluss, das Schlusszitat am Ende der Seite, da hat irgendein menschlicher Künstler diese Installation so eingerichtet, und drückt auf den Startknopf. Das ist eine Vorstellung, die sehr technisiert und sehr auf eine sehr vereinfachende Art und Weise maschinelles Lernen und Algorithmik reduziert auf ein An-Aus- Phänomen und tatsächlich ist das Ganze nicht so eindeutig. Das will ich Ihnen an dem letzten Beispiel zeigen, Nämlich wenn wir über KI und Urheberrecht nachdenken. Auch das wieder in Bezug auf Rembrandt und hier sehen Sie, dass sich die Frage von KI und Urheberrecht, die wir ganz am Anfang gestellt haben, im Falle der Referentialität, also das heißt, können wir einfach kulturelle Artefakte miteinander neu kombinieren und können wir das dann ausstellen, können wir es ausweisen, indem wir auf die alten Quellen verweisen und ist das Ganze frei verfügbar? Diese Frage stellt sich im Zusammenhang mit KI noch mal vollkommen anders, denn die KI ist, schauen Sie mal auf den zweiten Absatz, keine Rechtspersönlichkeit im Sinn des Urheberrechts. Allerdings stellt sich dann die Frage, wer hat das Werk geschöpft, also wer hat das Werk hervorgebracht durch seine Kreativität? Tatsächlich rechtlich ist es so, dass durchaus die Frage sich stellt, sind denn die Programmierer des Ganzen, die Urheber des kulturellen Artefakts und inwieweit und wie groß ist der Anteil den KI leistet zu dieser Urheberschaft und zu diesem kulturellen Artefakt? Schauen Sie mal bitte auf den letzten Absatz, den lese ich, weil es sehr klein ist, einmal vor, können dann die Programmierer als Urheber angesehen werden. Das ist nicht von vornherein ausgeschlossen, denn Urheber kann auch sein, wer sich bei dem Schöpfungsakt technischer Hilfsmittel wie eines Computerprogramms bedient. Also, Klammer auf, wird Computer, wird Rechner, wird Algorithmus und wird KI als Hilfsmittel bezeichnet. Also, haben wir da eine sprachliche Zuweisung, die es uns erlaubt, zu behaupten, das haben die gar nicht selbst gemacht, der Algorithmus hat das nicht selbst gerechnet, sondern das war nur ein Hilfsmittel für die kreative Schöpferkraft des Programmierers. An seine Grenzen stößt dieses Prinzip, also das heißt, dass der Kreativität und der Urheber schafft, jedoch, wenn die Technik nicht nur der Unterstützung des Schöpfers dient, sondern alle wesentlichen Grundlagen Entscheidungen selbst trifft, auf der Basis maschinellen Lernens, möchte man ergänzen. Das Urheberrecht schützt den Künstler oder Autor in seinem kreativen Schöpfungsakt. Die bloße Existenz eines kreativen Werks allein ist nicht ausreichend. Das heißt, wenn der Programmierer nicht mehr an den Entscheidungen beteiligt ist, die ein Algorithmus aufgrund der Auswertung von Daten trifft, dann ist er auch nicht mehr Schöpfer des kulturellen Artefakts. Denn die Existenz des kreativen Werks reicht allein nicht aus. Das stellt die Herausforderungen und die gesellschaftlichen Überlegungen an, referenzielle Verfahren noch einmal vollkommen neu. Soll heißen, für den Fall, dass Sie eine Hausarbeit schreiben müssen, ich skiziere jetzt mal so einen Fall, Sie müssen eine Hausarbeit schreiben über Semiotik. Und Sie lesen alle verfügbaren wissenschaftlichen Hausarbeiten, die Sie öffentlich bekommen, ein und suchen nach sprachlichen Mustern und trimmen einen Algorithmus darauf, maschinell zu lernen, was eine gute wissenschaftliche Hausarbeit sei über Semiotik. Das würde im Zweifelsfall irgendwann gelingen, ich kann Ihnen aber auch sagen, es wäre einfacher gewesen, die Hausarbeit über Semiotik selbst zu schreiben. Nichtsdestotrotz, es mag gelingen. Und dann ist die Frage, sind Sie Urheber dieses Textes oder ist es der Algorithmus, der aufgrund maschinellen Lernens an bestimmten Stellen entschieden hat, dieses Element, diese Textphase, diese Information, diese Formulierung, diese Argumentation gehört in eine gute Arbeit oder gehört sie nicht hinein? Interessante Fragen, die sich hier im Zusammenhang von referenziellen Verfahren auftun. Das Ganze ist allerdings nicht nur auf Rembrandt beschränkt und dieses zugegebenermaßen recht ambitionierte und vor allen Dingen wirklich betörende Ergebnis, das da produziert worden ist, sondern es betrifft natürlich auch die Musik. Die Beispiele werden zwangsläufig in einer Kultur der Digitalität in Zukunft immer mehr werden, aber Sie sehen hier zum Beispiel die KI kombiniert Beethoven und zwar aus Fragmenten der 10. Sinfeminie und dann haben wir zum Beispiel auch Schöpfungsakte, die sich auf das Schreiben beziehen, also das erste computergenerierte Buch ist publiziert, das liest sie noch nicht ganz, so wie vertextete kulturelle Artefakte aus menschlicher Hand, aber wir sind da nicht weit weg, bis auch computergenerierte Bücher und Romane oder Noah Bubenhofer experimentiert zum Beispiel mit Gedichten tatsächlich uns die Frage nach der Urheberschaft neu stellen lassen. Ja, welche Optionen haben wir als Gesellschaft damit umzugehen? Ja, also das heißt, wir sehen, das habe ich vorhin an der SLUB glaube ich deutlich gemacht, wir sehen auf der einen Seite, dass die alten Ordnungen, ja, und die alten Gatekeeper ihre Position verlieren, das heißt, ihre, ihren, in einer Kultur der Digitalität, ihren Anspruch auf Deutungshoheit immer stärker zurückerkämpfen müssen und wahrscheinlich auch verlieren werden und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Herstellung kultureller Artefakte durch referenzielle Verfahren immer einfacher wird. Heute können sie ein Meme produzieren, ohne dass sie etwas von Bildverarbeitung verstehen oder von der Genese von Text und Bild zusammenhängen. Sie brauchen noch nicht mal Webspace, sie gehen einfach auf irgendein Portal und produzieren einen Meme oder irgendjemand, der das technische Know-how hat, kann mittels eines Algorithmus einen Rembrandt malen oder Beethoven kombinieren oder ein Buch schreiben. Das Einzige, was wir tun können und das zeigte ich Ihnen vorhin auch, wie die SLUB, wir können mitmachen. Also unsere, im Moment, die Chance besteht daran, dass wir darüber reflektieren, wie unsere Rolle, wie unsere Diskursakteursrollen aussehen werden, wie wir sie sprachlich ausgestalten wollen, indem wir die referenziellen Verfahren in einer Kultur der Digitalität und unter welchen Bedingungen wir sie akzeptieren wollen. Deswegen, ganz am Anfang in der Vorlesung erinnern Sie sich an diese Prinzipien, Zusammenarbeit. Das heißt, es geht hier nicht mehr darum, dass Sie als kreativer, kreatives Genie, ja, ein kulturelles Artefakt erzeugen, sondern es geht darum zu zeigen, mit wem und mit was Sie zusammengearbeitet haben und was Ihre Quellen sind. Daneben, wenn Sie anderes benutzen, sollten Sie Ihre Quellen, Ihre Ergebnisse, Ihre Resultate freigebig teilen. Das Ganze wird Sie schlussendlich und diese Techniken referenzieller Verfahren vor Kommerzialisierung oder von Kommerzialisierung unterscheiden. Ich bin mir nämlich sehr sicher, dass Microsoft Ihnen nicht die Algorithmen offenlegen wird, mit denen man Daten verarbeitet. Und das Letzte ist, dass man das gemeinsam als Ziel adressieren will. Das heißt, wir wollen als Gesellschaft referenzielle Verfahren in einer Kultur der Digitalität offen unterstützen und wir wollen über Konsequenzen nachdenken, die das Ganze für unsere Gesellschaft hat. Wie können wir zum Beispiel Kulturschaffende, Künstler, Autoren, Romancees, wie können wir Filmproduzenten, wie können wir Komponisten schützen, wenn uns menschliche Kreativität in der Komposition, egal wie das Kreativität sei, wichtig ist. Wenn sich auf der anderen Seite durch referenzielle Verfahren und Algorithmik menschliche Kreativität technisch herstellen lässt. Das heißt, wir sollten es nicht versuchen zu verbieten und nicht versuchen einzudämmen und wir sollten nicht versuchen, die Gatekeeper alter Ordnungen zu spielen, sondern wir sollten versuchen zu zeigen, wie wir mitspielen können in Prozessen, in denen referenzielle Verfahren zu einer Kultur der Digitalität dazugehören. Also das, was die SLUB mit Makerspace und TextLab genau macht. In diesem Sinne, mit diesem Ausblick, möchte ich den Input für diese Vorlesung beenden. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Fragen, also im Chat und wir können auch sehr gern gleich noch in die Videokonferenz gehen. Für die nächste Woche würde ich mir wünschen, dass Sie sich dem Kapitel Gemeinschaftlichkeit, also Community of Practice ist das Stichwort zuwenden und dass wir dann zusammen mit referenziellen Verfahren zusammendenken wollen, sodass wir dann in der übernächsten Sitzung mit der Algorithmizität als dem dritten Merkmal von Kultur der Digitalität diese Einführung abschließen können und uns den Herausforderungen für die Wissenschaft widmen im zweiten Teil der Vorlesung. Sie dürften aber heute bereits gesehen haben, dass die Community of Practice und die Algorithmizität als Merkmal der Kultur der Digitalität schon eine entscheidende Rolle hier an dieser Stelle spielte, auch wenn ich zunächst nur über referenzielle Verfahren gesprochen habe. In diesem Sinne wünsche ich mir und freue ich mich, wenn Sie dabei bleiben und bin für heute erstmal herzlich Ihr Alexander Lasch. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.